Die Schnäppchenjagd bei Freenet ist eröffnet. Ich hab euch zur Black Week sowas Krasses vor die Flinte gelockt. Da will man sich nen Screenshot von der Rechnung als Trophäe an die Wand hängen. Das Samsung Galaxy S21 5G ab nur einem Euro mit mindestens 200 Euro Tauschprämie bei Mobil.com Dibitel. Und bevor jetzt alle davon Wind bekommen, schießt euch den Deal jetzt auf FreenetDigital.de. Guten Morgen aus Mainz an diesem 24. November. So wird in Mainz die 3G-Regel im Nahverkehr kontrolliert, Corona-Antikörper in der Muttermilch vorhanden und die FDP will über eine beschränkte Impfpflicht sprechen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wir beginnen in Mainz. Heute tritt in öffentlichen Nahverkehr die 3G-Regelung in Kraft, natürlich auch in Mainz. So teilt auch die Mainzer Mobilität mit, dass nur noch Personen, die geimpft, genesen oder negativ getestet sind, Bus, Straßenbahn oder den Mainz-Rider nutzen dürfen. Die Kontrolle erfolgt strichprobenartig durch Polizei und Ordnungsamt und nicht durch die Fahrkartenkontrolleure. Unsere Mitarbeiter wären gar nicht dazu berechtigt, diese Kontrollen durchzuführen und Verstöße zu sanktionieren, sagt Stadtwerke-Pressesprecher Michael Theurer. Gegenüber Ordnungsamt und Polizei sind die Fahrgäste hingegen verpflichtet, den entsprechenden Nachweis vorzuzeigen. Verstöße stellen eine Ordnungswidrigkeit dar. Wir werden die Kontrollen stichprobenartig durchführen, sagt Stadtsprecher Ralf-Peter Hanwar. Er räumt aber auch ein, wir haben im Moment noch viele andere Aufgaben und können nicht überall gleichzeitig sein. So werde unter anderem der am Donnerstag öffnende Weihnachtsmarkt aufgrund der 2G-Regel und den Diskussionen im Vorfeld eine große Präsenz erfordern. Die Ampel-Koalition wird bei der Stadtratssitzung an diesem Mittwoch mit einem Haushaltsbegleitantrag den Vorschlag von Oberbürgermeister Michael Ebling und Finanzdezernent Günther Beck unterstützen, die hohen Gewerbesteuereinnahmen in diesem und im kommenden Jahr vor allem für den Schuldenabbau einzusetzen. Die Debatte über den Tagesordnungspunkt Haushaltplanung 2022 wird im Zeichen des Geldregens in Milliardenhöhe stehen, den die Stadt von Biontech erwartet und mit dem sie bis Ende 2022 ihre Kassenkredite in Höhe von 573 Millionen Euro weitgehend abtragen will. Rein formal muss der Stadtrat den Haushaltsplan 2022 beschließen, da im Sommer die Aufsichtbehörde et den Doppelhaushalt 2021-2022 aufgrund der hohen Verschuldung der Stadt beanstandet hatte. Finanzdezernent Günther Beck hatte daraufhin den Etat in zwei Einzelhaushalte für die beiden Jahre gesplittet. Doch das Problem des hohen Schuldenstandes hat sich aufgrund der aktuellen und für die Zukunft erwarteten, immensen Gewerbesteuerzahlungen des Corona-Impfstoffentwicklers erledigt. Befürworten wird der Stadtrat daher heute auch die Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes von 440 auf 310 Punkte. Nun ein Blick auf die neuesten Entwicklungen in der Corona-Pandemie in Deutschland. Die Ständige Impfkommission will ihre Empfehlung zur Corona-Impfung für Kinder von 5 bis 11 Jahren vor Jahresende abgeben. Unser Ziel ist es, diese Empfehlung bis Ende Dezember, möglichst bis zum Start der Auslieferung des Kinderimpfstoffs an die Länder, fertigzustellen, sagte der STIKO-Vorsitzende Thomas Mertens den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Empfehlung sei zurzeit in Arbeit. Die Zulassung des BioNTech-Pfizer-Impfstoffs für Kinder ab fünf Jahren durch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA wird noch diese Woche erwartet. Laut dem geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sollen den Ländern ab dem 20. Dezember in einer ersten Lieferung 2,4 Millionen Dosen des Vakzins für 5 bis 11-Jährige zur Verfügung gestellt werden. Dass Stillen für Säuglinge viele Vorteile hat, ist bekannt. Einer davon ist, dass das Kind mit der Muttermilch Antikörper gegen Erreger aufnehmen kann. So wird es vor Infektionen geschützt, da sich das Immunsystem des Säuglings erst im Laufe der Zeit entwickelt. Auch schützende Antikörper gegen Corona konnten israelische Forscher in der Milch von Müttern, die sich gegen Corona impfen ließen, bereits finden. Zwar waren junge Mütter aus der Zulassungsstudie des BioNTech-Impfstoffes ausgeschlossen, doch hatten einige im Rahmen des nationalen Impfprogramms in Israel trotzdem die Impfung erhalten, weil sie einer Risikogruppe angehörten. Die meisten dieser Frauen waren Mitarbeiterinnen des Gesundheitswesens. Schwere Nebenwirkungen traten weder bei den Müttern noch bei den Säuglingen auf, so die Autoren der Studie. Die FDP-Bundestagsfraktion will mit SPD und Grünen über eine mögliche Impfpflicht in Einrichtungen mit besonders von Corona-gefährdeten Menschen sprechen. Die FDP-Fraktion legt dabei besonderen Wert auf eine zeitliche Begrenzung und eine Einbettung in eine breite Impfkampagne, sagte ein Sprecher nach Beratungen der Fraktion am Dienstag. Impfpflichten seien immer ein erheblicher Grundrechtseingriff und als solche besonders begründungsbedürftig, betonte der Sprecher die Position der Fraktion. Die Bundesländer hatten den Bund bei der Ministerpräsidentenkonferenz in der vergangenen Woche gebeten, in bestimmten Einrichtungen wie Krankenhäusern und Pflegeheimen eine Impfpflicht für alle Mitarbeiter einzuführen, die Kontakt zu besonders gefährdeten Personen haben. Die Frage einer Impfpflicht war zuletzt umstritten, auch falls sie nur für Berufsgruppen gelten sollte. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeinem-zeitung.de Das war die heutige Ausgabe von Gude Rheinhessen, unserem täglichen News-Update mit den wichtigsten Informationen und Nachrichten für Mainz und Rheinhessen. Hört euch aber auch gerne mal unseren Bubblebox-Podcast an. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de Slash-Podcast Ein Angebot der